wird er auf nein tendieren aber wenigstens hier ein standard wenigstens etwas freigeschaltet nein besser als nichts auf jeden fall so kann man sagen muss man runter treten der schießt irgendjemand auf mich ok alle erst mal hier wenn ich bitte für mich dankeschön ok 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 konnte ich jetzt siegen sogar gut als nächstes oh ich hatte das noch gar nicht das hatte ich ja komplett übersehen ok und von da sind wir hier rüber hoppala jetzt habe ich fast vergessen den Turm hier abzuchecken da hat er etwas geleuchtet das war ja der Hauptgrund warum ich rübergegangen bin ganz ehrlich das hat mich jetzt mega gewissen ich meine das hat man auch gesehen vor allem von dem Ausbewegen her da habe ich gut zusammengezuckt aber wirklich junge junge ganz nebenbei oh ich kann hier noch rein hier in der Markierung gesetzt gut dass ich da nochmal nachgeguckt habe ich muss sagen die Grafik und hier das gefällt mir hier alles echt gut auch von der Atmosphäre her bei Libu haben wir festgestellt dass das Spiel auch nicht gerade einfach ist das ist höll es aber hier Okay. Da ich dich ja jetzt hatte... Oh, definitiv den Magier. Den Magier muss man immer so schnell es geht loswerden. Magier sind Ziele Nummer 1 zum Loswerden. Komm schon, bevor du dich umdringst wieder. Geh was für den Helm der Zügellosigkeit. Mit den Explosionen ist es auch schon immer... So eine Sache für sich, ne? Schaffe ich... Na, das muss ich jetzt nicht eingehen. Der ist jetzt nicht echt im Wasser gefroren, ist er. Bärengalle. 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 Ich hab leider jetzt nicht den Zusatzschaden aktiviert. Oh, oh, oh. Kannst du mal durch? Okay. Okay, der Zusatzschaden macht doch ordentlich Wumms. Den sollte man benutzen. Okay, erstmal aufsammeln, was die hier alles so liegen lassen für uns. Das könnten wir ja noch irgendwann gebrauchen. Zumut für Ausrüstung kaputt machen oder verkaufen für Geld. Was? Mich wundert es nebenbei, dass ich so wenig Markierungen gefunden habe. Das ist so untypisch. Und ich versuch, jetzt da nicht zu tief reinzugehen. Wir haben hier anscheinend, dass die Map wirklich groß ist. Werde ich hier noch vieles zum Erkunden finden. Drachenheilungspurra. Da hab ich ja leider einige von verschwendet. Markierungen setzen. Ich bin voll stark da. Dann mach erstmal den Feuerzeugen. Gehen zu tief weiter. Ich bin voll. vezdol. Ich bin voll, könnte ich mal für mich melee. Tögerungen stellen. Dan kommt es nach. An sechs oder andere ist den Feuerzeugen. leurs aufn Kieren. Aber alle schlüsse. Ficke aus. Ich bin voll. Okay, ich könnte es mal machen. Uh. Okay. Es war jetzt auch nicht so leicht. Was gäbe es hier noch für mich? Vielleicht kann ich das einfach öffnen. Die Frage ist jetzt, will ich das? Will ich das wirklich ein? Oh, Rang 6 Stahl. Genau 3 Stück. Ich könnte die Waffe upgraden. Jetzt ist die Frage, will ich das überhaupt mit hier lang? Ja, hier ist ein Schatz. Ich glaube nicht nur, da ist definitiv einer. Boah, ich dachte ich schaff's nicht. Oh, ich bin ganz ehrlich, ich dachte jetzt, jetzt falle ich. Eliteschaftsschützer ist... ...bereits in Invasion, hm? Okay, Standard. Okay, ich würde sagen, da wird's wahrscheinlich weitergehen. Dann geh ich erstmal nach unten. Und so... Ja doch, hier wird's definitiv erstmal weitergehen. Hier ändert sich auch die ganze Atmosphäre. Ich gehe erstmal in die andere Richtung. Ich werde wissen, was mich hier erwartet. Zack. Oh, das... das war jetzt einfach. Der war jetzt mal wirklich einfach. Okay. Okay. Okay, ich hab's hier noch erwischt. Sehr gut. Hier runtertreten. Halt auf, nein. Dich mach ich so fertig. Okay, bis siebt. Zack. Magie ausgeschalten. Maske des Hexers. Hier, nächste Markierung. Dann sechs Leder. Oh, und noch eine kleine Truhe. Na, heilen kann ich mich jetzt auch nicht. Ärgerlich. Jetzt weiß ich wenigstens, wo einer wäre, wenn ich mal zurück müsste. Okay, da drüben waren wir oben. Und hier würde es auch gehen. Ja. Da volle Pulle rauf zu marschieren, war wirklich nicht schlecht. Ich dachte, es wäre nur der eine, aber waren... deutlich mehr. Dann versuchen wir es halt nur so rum. Historisch, mein General war halt auf 24. Und jetzt ist er wieder fast ganz am Boden. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen ärgerlich. Schon ein bisschen sehr ärgerlich. Ja, ich weiß es ist, dass wir mich nicht mehr so rumãoen können. Ich habe nicht mehr in den Blick auf meine Maske nicht mehr so rum. Ich habe es auch einen sehr gutteren Raktion. Also geht's dann hier mal nur mit,กauen wir mal. Ich habe doch nicht mehr glitter welche die Leder noch mehr in der Handlung schien. Ich habe mich nicht mehr so rum. Ich habe mich nicht mehr so rum. Wirklich, ich habe mich nicht mehr so rum. Da hat sie mich sehr gut erwischt. Okay, Hylone, Hylone. Okay, Hylone. Ich will aber natürlich auch einmal zurück. Weil ich will ja auch die ganze Stadt einmal geforscht haben. Ich will da jetzt hier einfach durchpreschen. Ich will gucken, ob ich hier noch irgendwas finden könnte, was von Interesse wäre. Okay, suck. Okay. Das war jetzt übel. Gerade weil ich jetzt zum Versagen hatte, muss ich jetzt noch einmal richtig reinhauen. Okay, Hylone. Okay, okay, okay. Er hat doch jetzt was Schönes gefunden. Uh, der ist tot. Tot. Der springt schon wieder hoch. Ja, Rache erfolgreich. Jetzt haben wir uns wirklich gerecht. Ui, noch ein Panda. Ich gebe ihm diesmal eine Waffe. Was gibst du uns gegen zu dafür? Okay. Der Beuten. Großer Grasknoten. Stufe 4. Hier. Da wartest du noch übrig. Und hier ist noch einer. Standard. Auf 14 hochgepusht. Auf 14 hochgepusht. Oh, okay. 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 Hier muss ich wieder ein bisschen vorsichtiger werden. Jetzt sind wir uns deutlich zu versuchen. Okay, zack. Okay, auf Anhieb gleich geschafft. Markierung setzen. Und eine schöne Schatztruhe. Okay, das mit dem Vogel habe ich raus. Beim Vogel musst du wirklich einfach nur draufhauen. So schnell und so doll du kannst. Bevor er dich anreicht. Hier kann ich die Tür öffnen. Kleiner Geheimgang quasi. Ey. Ey.